so freunde des gepflegten russischen altmetalls dies ist der teil 2 also die fortsetzung der motorrevision einem 417 oaz motor und jetzt kommen wir in die spannendste phase ich habe da schon mal angefangen das werkzeug anzusetzen ja ich weiß diejenigen unter euch die sich auskennen da gibt es auch ein spezialwerkzeug ab werk das ist mir jedoch leider nicht möglich das zu besorgen die leute die ich gefragt habe die sowas haben könnten die haben das mal irgendwo hin verborgt und hier bekommen und das ist natürlich schade und ich sehe schon hier mein werkzeug was sich schon mal anderweitig gut bewährt hat das biegt sich jetzt hier schon durch vor verzweiflung und das ist überhaupt kein gutes zeichen das ist nämlich das was ich befürchtet habe dass die laufbuchse hier an ihrem sitz im motorblock so dermaßen fest sitzt dass das wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei heraus kommt hier ist sie schon ein stückchen rausgekommen die laufbuchse aber das war unter massiver gewalteinwirkung und das werkzeug hier oben sieht etwas besser aus das habe ich schon mal verstärkt irgendwas kommt ja jetzt entweder reißt mir das gewinde wieder weg an der gewindestange oder die buchse kommt jetzt endgültig raus aber dann wird das darunter auch nicht viel besser aussehen also ich denke an dieser stelle ist jetzt schon mal gesunde skeptisch angesagt ihr seht auch da habe ich an diesem werkzeug schon massive gewalt einwirken lassen das heißt hier sind schon die schläge zu sehen und ja ich bin gespannt ob das jetzt überhaupt rauskommt oder ob das jetzt an dieser stelle eine kurze fortsetzung dieser motorrevision war um nicht zu sagen dass die revision dann an dieser stelle leider abgebrochen werden muss wir jetzt gleich sehen so viele kraft anstrengende momente später werden die schlimmsten befürchtungen war die hülse hat sich gelöst gott sei dank aber wie gesagt unter massiver gewalteinwirkung und wenn ich sie jetzt raus bekomme dann sehen wir auch was da los ist und das was wir hier sehen ist schlichtweg katastrophe und hier ist auch der grund dafür zu sehen warum die buchse so komisch tief eingesunken ist denn hier hatte sich schon der gummiring der hier eigentlich normalerweise ordnungsgemäß anliegen sollte so wie hier da hat er sich schon verformt und deswegen gab es keine alternative dazu diese hülsen rauszuziehen und wenn wir jetzt mal ein bisschen licht daran schauen dann hoffe ich mal ja da unten das sieht ganz gut aus ich zeige euch mal was ich da meine es ist jetzt ganz ganz wichtig dass dieser rand hier dass der wenn ich das ganze jetzt vernünftig sauber machen dass der noch unversehrt ist und dann haben wir eine berechtigte chance wenn also diese verbleibenden drei hülsen vielleicht etwas leichter rausgehen dass sie rausgehen haben wir jetzt gesehen aber mein werkzeug hat massiv darunter gelitten vielleicht sollte ich doch mal den versuch unternehmen und etwas massiveres werkzeug zu bauen bisher hat das immer super funktioniert ihr seht schon oben habe ich ganz schön massiv gebaut aber hier unten diese strahlplatte hat sich dann auch leider durch gebogen vielleicht hat ja jemand eine idee und schickt mir das spezialwerkzeug kann auch nur leihweise sein ich will es ja nicht behalten ich versuche es jetzt mal mit der nächsten buchse und wenn das nix wird dann muss ich mir mit dem spezialwerkzeug irgendwie neue gedanken machen so etliche quälende zehntelweise bemühungen mit roher gewalt und modifiziertem werkzeug vielen dank an einen befreundeten oldtimer schrauber besten dank daran dass du mir geholfen hast es hat was geholfen dein werkzeug die zweite hülse kam jetzt auch raus und ja da ist sie das gleiche bild ein haufen grammusel und innen drin sieht es ähnlich aus wie auf dem ersten zylinder so dann sind es noch zwei von vier die hoffentlich auch so zwar gequält aber doch mit einem happy end herauskommen die dritte hülse ging jetzt erstaunlicherweise noch nicht mal fünf minuten raus ich weiß nicht ob ich mich nun schon an die quälerei gewöhnt habe effektivität verbessert habe aber ob die einfach nicht so fest saß da ist sie so mal schauen grammusel wie in allen anderen auch sieht gut aus auf zur letzten hülse die vierte von vier hülsen hat noch mal deutlich mehr arbeit gemacht und ist jetzt auch noch nicht mal richtig lose also die hat auch noch mal richtig anstrengend gekostet so ein aufwand hatte ich glaube ich noch nie weiß auch nicht warum aber warum ich mir das antun jetzt weiß ich auch warum neue motoren zu teuer sind weil kaum jemand bock hat motoren in stand zu setzen so fazit alle vier laufbuchsen sind raus meine befürchtungen haben sich erstmal noch nicht bestätigt denn das tragbild hier unten da wo es nachher wieder darauf ankommt wenn der neue ring also wenn die neue hülse mit neuen dichtringen da rein kommen dann kommt es nämlich genau hier da kommt es darauf an dass das alles schön sauber und ordentlich ist kein kesselstein keine ausbrüche und 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 ja nach der ganzen quälerei muss ich jetzt erstmal mich sortieren und jetzt kommt auch endlich die reinigung des motorblocks einige unter euch haben sich gefragt ja was spielt denn an so einem trägigen motorblock rum aber ganz einfach ich habe keinen bock eine leiche zu putzen denn was nützt mir das wenn ich den vorher richtig schön sauber machen von außen und im nachhinein stellt sich raus dass das ding kernschrott ist dann freuen sich der schrottcontainer und sonst niemand so in diesem sinne es ist erst mal das gröbste geschafft jetzt kommt das was gar keinen spaß macht nämlich die reinigung des motorblocks so die laufboxen 1 bis 4 sind rausgezogen der motor ist grob gereinigt und bevor es jetzt weitergeht kommt die neue kurbelwelle schon mal auf den tisch ich habe sie gerade mal ausgemessen und ich weiß ja die ist schon vor grömer zeit geschliffen worden und ich habe sie so lange aufbewahrt nun könnte sie an die reihe kommen meine messuhr hat die werte ergeben dass es sich um lagerschalen handeln muss minus 0,25 dafür schaut man auch mal gerne ins handbuch und da hat sich dann auch gleich ein druckfehler eingeschlichen bei denen also es muss nach dem reparaturmaß minus 0,05 natürlich nicht 0,025 heißen sondern 0,25 und das ganze mal im vergleich hier gesehen 63,75 da ich weiß nicht ob man es gut sehen kann 63,75 minus 0,25 ich habe 63,73 63,73 und so weiter da kommt es ja zwar auf zehntel und auf hundertstel an aber letztendlich kommt es darauf an dass die kurbelwelle in den block reinpasst und das übe ich jetzt gleich bevor es mit allem anderen weiter geht werde ich die lagerschalen hier reinsetzen dann wird die kurbelwelle in den block eingelegt und dann ist der moment der wahrheit und wenn sich die kurbelwelle nicht dreht wenn sie ohne irgendwas alleine nur so in den lagerschalen drin liegt wenn sie dann schon klemmt denn ist schon mal geben oder dann stimmt daraus nicht aber das schauen wir uns gleich an bevor jetzt die lagerschalen reinkommen ist natürlich auf penible sauberkeit zu achten an dieser stelle ich habe ja eben gesagt den motorblock habe ich grob gereinigt natürlich noch nicht so fein gereinigt weil es wird jetzt richtig spannend ob das hier an dieser stelle zu ende geht mit der revision oder ob ich auf eine neue kurbelwelle warten muss oder aber ob die kurbelwelle passt und das kriegen wir nur raus indem wir hier die hauptlagerschalen einsetzen diese hauptlagerschalen sitzen an diesen fünf stellen hier und da sollte penibel sauber gemacht werden kann es gar nicht auf genug sagen ich mache das immer mit so einem feinen fließ dieser sieht schon ganz schön gedient aus aber um schönheit geht es hier nicht sondern geht es halt darum dass das ganze bis aufs hundertstel genau passen muss weil letztendlich der ölfilm der sich da abspielt zwischen lagerschale und kurbelwelle sind nur 300 zellen und das darf vielleicht ein bisschen mehr sein aber auf keinen fall weniger weil dann klemmt die kurbelwelle ein hinweis noch was ich vorhin erwähnte eingangs war dass ich mehr körnerschläge gemacht habe und diese 123 gut hier hat keine vierte mehr gemacht das sind die körnerschläge die schon vorhanden sind meine sind auf der anderen seite da ist die vier die drei die zwei die eins ist jetzt zwar ein bisschen blöde weil auf jeder seite jetzt körnerschläge sind aber das macht überhaupt nichts weil letztendlich kommt es darauf an dass die lagerböcke auch wieder dahin kommen wo sie hingehören und das verdrehen verhindert man halt dadurch dass man weiß dass diese lagerschale hier vorne eine nase hat die passt ja auch gar nicht anders rein und diese nase kommt dahin und wenn jetzt der lagerbock von oben drauf kommt dann zeigen diese nasen unbedingt zueinander und wenn man das beachtet dann hat man auch die verdrehung verhindert dadurch ist es dann irrelevant ob jetzt hier auf der einen seite ein körnerschlag ist oder auf beiden seiten hauptsache ist dass die zwei die zwei die drei vier und fünf so weiter dass man das nicht verwechselt ist mir auch schon passiert ich habe auch mal einen lagerbock falsch rum montiert dann mit 130 nutmeter angezogen und das war dann das aus weil dafür zieht sich dann selbst so ein großer alublock hier um die ein paar hundertsel hat er sich dann verzogen die kurbewelle hat hoffnungslos geklemmt und das war dann das todesurteil für diesen block weil man müsste dann den gesamten wellentunnel noch mal neu nach reiben nach hohen wie auch immer das heißt das kann man natürlich machen aber wer soll das bezahlen das ist für so einen kleinen hobbyschrauber wie mich hier auf der werkbank nicht möglich und daher gebe ich mir jetzt die größte mühe dass die kurbewelle da jetzt vernünftig reinkommt und sich hoffentlich gleich saugen schmatzend dreht da bin ich sehr erleichtert denn die kurbewelle lässt sich gut drehen jetzt mit einer hand nicht aber ist ja klar ich habe es mit beiden händen versucht das fühlt sich schon sehr gut an so wie ich mir erklären lassen habe von dem erfahrenen motorenschlosser in die kurbewelle jetzt komplett klemmen würde wenn man sie reinlegt dann kann man gleich aufhören aber so wie sie sich jetzt bewegt wie gesagt mit einer hand geht es nicht bin ich sehr froh darüber und jetzt kann das ganze weitergehen jetzt muss natürlich gucken hier vorne fehlen die scheiben noch da muss man das axialspiel für die kurbewelle einstellen das kann jetzt alles nach und nach erfolgen ich mache mir jetzt noch mal die mühe und setzt noch mal zwei lagerböcke drauf sie sie dann noch mal fest und wenn sich die kurbewelle dann noch drehen lässt dann ist wirklich alles gut das prüfe ich jetzt gleich noch mal und noch mal ich kann es gar nicht oft genug sagen weil es so wichtig ist dass diese nase hier unten auf der seite genau da hinkommt wo auch die nase das ist nicht der nase dass der verdrehschutz für die lagerschale in diesem fall ist das die vierte und die zweite habe ich zurecht gemacht ganz wichtig die nase der verdrehschutz zeigt auf die seite zum verdrehschutz der anderen seite kommt das ganze hier drauf da darf auch ruhig ein bisschen öl jetzt dazwischen sein hier auf dem hier ist jetzt noch nichts drauf aber ich habe die kurbewelle an der stelle mit öl versehen weil im normalbetrieb ist da ja auch öl und dann kann man das ganze jetzt hier draufsetzen und dann wird das mal mit drehmoment angezogen und dann schauen wir mal ob sich die kurwelle dann auch noch drehen lässt und das ist jetzt wirklich erfreulich weil sich die kurwelle schön sagte jetzt mit einer hand geht es natürlich nicht das ist ein bisschen schwer aber sie lässt sich sauber durchdrehen und auch ich habe mir deswegen extra die schwungsscheibe angebaut aber mit einer hand geht es nicht die gute nachricht und das freut mich sehr ich habe hier die beiden lagerböcke probehalber montiert und mit 130 newtonmeter angezogen im handbuch steht etwas muss man auf meinen schmierzettel gucken von 100 von 12,5 bis 13,6 kilopontmeter glaube ich sind das umgerechnet in newtonmeter sagt der drehmomentschlüssel habe ich so eingestellt dass das dann die 130 also egal mit drehmomentschlüssel könnt ihr alle umgehen 130 newtonmeter für die hauptlagerböcke und ich würde es ganz ganz gerne zeigen aber mit einer hand geht es nicht sonst fällt mir der motorblock um ja das ist ein gutes zeichen jetzt kann es weitergehen in aller ruhe wird der motorblock jetzt grundgereinigt also fein gesäubert und dann schauen wir mal wenn die neuen laufboxen da sind wie sich das dann anfühlt wenn die dann probeweise eingesetzt werden so den teil zwei dieser motorrevision will ich heute mal damit beenden dass ich mich hier sehr sehr darüber freue dass der motor muss die lampe dass der motor zum wiederaufbau geeignet ist ich habe ihn jetzt mal fein gereinigt und was ich zu beginn schon erwähnte worauf es mir ankam sind die unteren abstützungslage da ganz rechts unten da ist es zu sehen dass es nicht so ganz astrein ist das soll aber mit der gummi dichtung um die laufbuchse funktionieren dann mache ich mir keine sorgen ich freue mich jetzt dass der motor zum wiederaufbau geeignet ist was weniger erfreulich ist es jetzt die ganzen teile zu reinigen die hauptlagerböcke diese beiden hatte ich ja vorhin schon montiert die kurbewelle liegt auch schon bereit das ist schon die neue die alte brauche ich gar nicht ausmessen da ist schon so viel zu spüren dass ich das gar nicht nachmessen brauche und schleifen werde ich sie auch nicht ob ich das nockenwellensteuerrad noch mal ein neuer weiß ich noch nicht ich denke das ist noch in ordnung wenn jemand aller meinung ist vielleicht sollte man da auch nicht an der falschen stelle sparen dann bitte einen tipp in die kommentare schreiben was jetzt weniger spaß macht ist dass diesen schmand hier von den teilen zu beseitigen das ist dieses graue das ist einfach das grau ungemacht das blanke grauen was man da vorfindet in seinem motor was von dem unheilvollen kurzstreckenbetrieb zeugt und ja das muss ich jetzt erstmal sauber machen und wenn denn die teile gereinigt sind dann geht es daran auch dich sich noch mal mit dem kopf zu befassen der kopf liegt hier erstmal beiseite das ist ein kapitel für sich ob es das nächste kapitel wird das werden wir dann sehen vielleicht geht es aber auch mit der reinigung weiter mal schauen vielen dank für das interesse fortsetzung fort